Meine Damen und Herren, willkommen jetzt zu unserem Part von Drake. In der Sekunde, in der kurzen Part von Drake. Ja, nämlich zu 50% kommt morgen Abend, ich weiß noch nicht um welche Uhrzeit, ein, ähm, ja, äh, schöner... Morgen, auf jeden Fall morgen Abend, kommt, zu 50% ein, ähm, ein The Walking Dead Part. Ja, weil sich das ja gewünscht wurde, dass The Walking Dead weitergeht und ich wünsche mir das ja auch, dass The Walking Dead weitergeht, weil ich will ja auch sehen, was ich so für Antwortmöglichkeiten bekommen kann. Na, also ich hab, ich hab das mal irgendwann geguckt, ich weiß selber nicht mehr, wann, aber ich hab's irgendwann mal geguckt und, äh, ja. Ja, übrigens, seid ihr jetzt zufrieden. Ich hab meinen Hintergrund aus. Eine Sekunde bitte, ganz kurz. So, da bin ich wieder am Anfang, ähm, mein Hintergrund ist weg. Wurde beim, äh, bei genau diesem selben Video bemängelt. Mein Hintergrund, äh, weil ich ja von einem Lied den Hintergrund noch hatte. Ah, okay, Mann, äh, ich spiel grad Stadio-Ready-Spiele ich grad, und, äh, ja. Und da gibt's ein paar Probleme. Auf jeden Fall, äh, morgen Abend kommt zu 50% ein The Walking Dead Part. Freu dich drauf. Und bis dahin. Ciao. Mit V.